So, hallo ihr Lieben und damit herzlich willkommen zum versprochenen Infovideo zu meiner Homepage. Ja, ihr seht schon, ich leuchte da auch schon, ja, auf der Homepage. Und ja, also sie heißt Isas Bastelstube, ist jetzt erstmal so gestaltet, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber da wird es sicherlich auch noch Änderungen geben in der nächsten Zeit. Ja, man erweitert ja dann doch mal oder nimmt mal Sachen weg. Und ja, ich fange erstmal mit dem ersten an, was ihr hier auch schon seht. Ja, das bin erstmal ich. Und ja, dann geht es schon weiter mit dem Sortiment teilweise von Stampin' Up. Ich habe euch ja erklärt, dass ich dort jetzt eine Demonstratorin geworden bin. Und das ist so eine kleine Auswahl an Kreativ-Sets, ja, wo man sich nicht selber Gedanken machen muss, sondern ja, da kriegt man die Teile quasi zugeschnitten geliefert. Das ist eine ganz tolle Sache. Und weiter unten geht es denn schon in meinen oder stelle ich euch so ein bisschen meinen Bastelshop vor. Denn ich bastle ja selber auch und ja, ganz ehrlich, so viel kann ich gar nicht an Karten verschicken. Nun ja, es ist wie es ist, aber ich bastle ja nicht nur Karten. Ich nähe auch, so wie ihr das hier bei dem Eulenkörbchen seht, ne. Und ja, Osterkarten habe ich euch schon mal gebastelt. Die finde ich eigentlich sehr schön. Aber ja, gut, das ist einmal Geschmackssache. Hier habe ich Mini-Portemonnaies genäht. Und da gibt es mehrere von, also mit verschiedenen Klappendesigns. Da kann man draufklicken. Ja, nochmal eine Osterkarte und ein Osterkörbchen gibt es hier. Naja, das ist ein Teil meiner Produkte, die ich selber habe oder selber herstelle. Und wenn wir hier oben auf den Stampin' Up Shop gehen, das heißt, wenn ihr selber basteln möchtet mit Papier, dann könnt ihr über mich das Ganze bestellen. Und ja, da könnt ihr zum Beispiel einfach, wo das kleine Wörtchen hier steht, mal draufklicken. Dann landet ihr in meinem Shop auf der Stampin' Up Seite und bestellt dann quasi, ja, automatisch bei mir über mich. Aber gut, so ein bisschen erklären steht ja hier auch, wie es funktioniert, was ihr machen könnt. Ihr könnt auch hier über das Kontaktformular gehen und dort bestellen oder mich einfach anrufen. Die Telefonnummer steht auch beim Kontaktformular. Ja, was gibt es Neues bei Stampin' Up? Gratisprodukte, es ist gerade Celebration, lohnt sich. Also wer da schon immer mal drüber nachgedacht hat, da was zu bestellen, Leute, es ist die Gelegenheit. Habe ich auch genutzt, bin ich ehrlich. Ja, den Mini-Katalog, den Jahreskatalog kann man sich auch hier direkt anschauen, wenn man den nicht im Papierformat von mir geschickt haben möchte. Ja, und dann geht es auch quasi schon in meinen Bastelshop. Da geht es dann in die Grußkarten, ne, zum Beispiel sind ja verschiedene, ne, ihr habt da Kategorien, Geburtstag, allgemein, Ostern, Weihnachten und Trauer kommt noch, die hier. Dann gibt es noch die Nähwerkstatt, ne, also was ich so genäht habe, sind zum Beispiel diese Sachen drin oder für das ganze Jahr. Da sind die Portemonnaies drin, Tablet-Taschen habe ich genäht und so ein Utensilio. Finde ich super praktisch zum Mitnehmen, ja, was weiß ich, auf dem Balkon, auf die Terrasse, zur Mama, wie auch immer. Und bei Deko-Artikel ist noch nichts drin, bin ich aber bei. Da geht es an die Ostseierproduktion. Ja, über mich, da könnt ihr euch mal so ein bisschen über mich informieren und so weiter und so fort, ne. Unsere Geschäftszeiten, dass wir kein Ladengeschäft haben, sondern das ausschließlich online machen. Oh, hier habe ich noch andere Bürozeiten drin, als im Kontaktformular steht. Naja, probiert einfach euer Glück. Sofern ich nicht am Arbeiten bin, gehe ich schon ran, ne. Ja, das heißt, ihr könnt diese Sachen aus dem Bastelstopp direkt online bestellen. Da müsst ihr mich nicht für anschreiben, das geht vollautomatisch, wenn ihr Stampin' Up Produkte bestellen möchtet. Ja, Papiere, Stempelkissen, Stempelstanzen, Papierschneider, es gibt ja so viel, ne. Dann schreibt mich bitte an oder ruft mich an, dann finden wir da einen Weg, beziehungsweise könnt ihr das auch online machen. Also ihr braucht mich zwingend nicht. Ja, also ich hoffe, ich habe das jetzt hier so ein bisschen verständlich erklärt. Wer da Interesse hat oder einfach mal gucken will, was ich so außerhalb von YouTube mache, der kann hier gern mal auf der Seite ein bisschen rumspielunzen, ein bisschen lesen. Tut mir einen Gefallen, ruft mich nicht an, nur um mal mit mir geredet zu haben. Ich habe auch ein Privatleben, aber für geschäftliche Geschichten natürlich jederzeit gern, ja. Ihr Lieben, also es ist soweit. Wie gesagt, das Sortiment bei mir wird noch erweitert über Stampin' Up. Da ist auch meine YouTube-Seite, mein YouTube-Kanal hinterlegt. Hier ganz unten seht ihr das zum Beispiel auf dem Button YouTube, da kommt ihr, ja, auf meine YouTube-Seite. Nicht diese hier, sondern auf Isas Bastelstube. Das ist ein eigener Kanal, da gibt es noch keine Videos, aber in den nächsten Tagen wird da auch was kommen. Ja, dann bedanke ich mich ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit. So ein bisschen Werbung in einer eigenen Sache soll ja auch mal erlaubt sein, mache ich ja sonst nicht so. Ja, dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Sonntag oder einen wunderschönen Tag, je nachdem wann ihr dieses Video seht. Und dann sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal.